Mein Name ist Hermann-Josef Tenhagen. Ich bin der Chefredakteur von Finanztip. Sie haben das sicher auch gesehen. 3% bei der einen Bank fürs Tagesgeld, 3% bei der anderen Bank. Mal für drei Monate, mal für vier Monate. Aber man müsste ständig von einer Bank zur anderen Bank hopsen. Geht das auch anders? Ja, das geht tatsächlich anders. Das Produkt, mit dem das anders geht, heißt Geldmarktfonds. Das heißt, die Armen beteiligen sich an einem Fonds und der sorgt dafür, dass das Geld an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliehen wird oder Banken leihen es sich untereinander. Und dieser Fonds achtet sehr genau darauf, dass sehr schöne Zinsen dabei jeweils herauskommen. Also wunderbare Situation eigentlich, wenn da nicht das normale Argument bei Banken wäre. Banken und Fondsgesellschaften nehmen hohe Kosten und wenig oder zu wenig von dem, was da an Zinsen anfällt, kommt tatsächlich bei ihnen an. Nun haben wir bei Finanztip tatsächlich Geldmarkt-ETF gefunden. Das heißt, Fonds, bei denen niedrige Kosten anfallen und die Zinsen zum allergrößten Teil tatsächlich bei ihnen ankommen. Und dass da eine schöne Geldanlage eigentlich ohne Haken ist, wenn sie denn ein solches Depot haben. Trotzdem würde ich Ihnen bei Finanztip immer noch empfehlen, ein Tagesgeld zusätzlich zu haben. Mindestens für die eiserne Reserve. Weil das ist nämlich so, wenn Sie an das Geld im Geldmarktfonds heran wollen, dann dauert das schon ein paar Tage, kann auch mal eine Woche dauern. Und ein Tagesgeldkonto ist ja auch dazu da, damit Sie jetzt an das Geld herankommen, wenn Sie es ganz, ganz dringend notwendig haben. Also einen schönen Geldmarktfonds und ein kleines Tagesgeldkonto, das ist schon eine wunderbare Lösung, finden wir bei Finanztip. Ja. Vielen Dank.